Im heutigen Video schauen wir uns einmal gemeinsam an, wie man einen eigenen Etsy-Shop einrichten kann. Wir werden uns nicht nur anschauen, wie man ein Profilbild und ein Banner hochladet, sondern auch noch ganz viele weitere Sachen, wie zum Beispiel einen Infotext hinzufügen oder auch einen Schaufensterbereich einrichten. Und dazu werde ich euch natürlich auch immer wieder ein paar kleine Tipps und Tricks geben, wie ihr das Ganze perfekt einrichten könnt. Und bevor wir jetzt mit diesem Video loslegen, lasst doch liebend gerne mal ein Abo auf diesem Kanal da, um keine weiteren Etsy-Tutorials mehr zu verpassen. Und nun würde ich sagen, reden wir gar nicht mehr lange rum, sondern springen direkt einmal rüber auf Etsy und schauen uns einmal gemeinsam an, wie man seinen eigenen Shop richtig einrichten kann. Also gut, auf Etsy angekommen, geht ihr ganz einfach mal oben rechts auf euren sogenannten Shop-Manager und wenn ihr da drauf seid, dann kommt ihr hier ganz normal in euren Shop rein. So, wie kann ich aber nun meinen Shop bearbeiten? Dazu geht ihr einmal hier unten bei eurem Shop auf diesen Stift drauf und daraufhin erscheint euch hier dieses Fenster. Und hier oben kann ich jetzt zuerst einmal einen Banner hochladen. Wie man einen Banner genau erstellen kann, dazu habe ich auch schon mal ein getrenntes Video gemacht. Also falls ihr noch keinen eigenen coolen Banner haben solltet, wie zum Beispiel diesen hier, dann schaut gerne mal unten in die Videobeschreibung rein. Dort werde ich euch das Video reinpacken, wo ich euch erkläre, wie man so einen Banner kostenlos oder auch bei einem Freelancer erstellen kann. Genau, zum zweiten haben wir hier unten links einmal unser Profilbild, also unser Shop-Profilbild. Und dazu habe ich auch wieder ein getrenntes Video gemacht. Falls ihr noch keins haben solltet, gerne auch mal unten in die Videobeschreibung reinschauen. Genau, und wenn ihr das hier hochladen möchtet, müsst ihr hier unten rechts einmal auf den kleinen Stift gehen, um diesen Banner hochzuladen. Oder für das Shop-Profilbild geht ihr einmal unten links auf diese kleine Kamera drauf und ladet dort euer Shop-Profilbild hoch. Dann direkt rechts daneben füge einen Shop-Titel hinzu, beschreibe deinen Shop in einem Satz. Das ist auf jeden Fall auch sehr, sehr wichtig. Wenn wir da einmal draufklicken, seht ihr auch schon eine kleine Vorschau. Und zwar ist das sehr, sehr wichtig für die Google SEO. Das bedeutet, hier müssen wir jetzt zwei bis drei richtig relevante Keywords für unseren Shop festlegen. Das bedeutet, wenn ich jetzt hier in meinem Shop als Beispiel Sticker und Schmuck verkaufe, dann könnte ich doch hier ganz einfach schreiben Schmuck und Sticker. Und dann sieht das Ganze auf Google so aus. Schmuck und Sticker von Schmuck Albrecht. Und dann können die Leute dort ganz einfach auf den Link draufklicken, um zu meinem Shop weitergeleitet zu werden. Ich würde sagen, das ist an sich schon eine recht gute SEO-Optimierung. Hier würde ich euch auch wirklich empfehlen, nicht allzu viel zu schreiben. Also vielleicht zwei, drei relevante Keywords und damit passt das Ganze. Genau, habt ihr das soweit eingerichtet? Geht ihr hier einmal auf Speichern drauf und durch diese kleine Änderung wird euer Shop jetzt auf Google nochmal deutlich besser gefunden. Genau, so einfach kann das Ganze funktionieren und das sind hier wirklich immer nur so Kleinigkeiten. Aber ich kann euch sagen, wenn diese Kleinigkeiten alle so zusammenkommen, ist das Ganze natürlich auch so, dass es dann im Großen und Ganzen eine Menge ausmacht. Und zum zweiten sieht Etsy natürlich auch, okay, ihr gebt euch hier Mühe und dadurch wird euer Shop natürlich umso mehr gepusht. Genau, ich würde sagen, wir machen direkt weiter mit dem nächsten Punkt und zwar hier den Standort. Den würde ich euch auf jeden Fall auch empfehlen anzugeben. Wenn ihr einmal auf Bearbeiten geht, dann könnt ihr hier euren Standort von eurem lokalen Sitz angeben. Also je nachdem, wo diese Produkte hergestellt werden, würde ich jetzt hier diesen Standort eintragen. Ihr müsst natürlich nicht unbedingt, wenn ihr jetzt zum Beispiel aus einem Dorf kommt, den genauen Standpunkt angeben. Es würde auch schon reichen, wenn ich jetzt zum Beispiel aus der Nähe von Stuttgart komme, dass ich hier ganz einfach Stuttgart reinschreibe. Nur mal so als Beispiel. Und dadurch habt ihr halt den großen Vorteil, dass die Leute euch auch wirklich durch diesen Standort in der Etsy-Suche rausfiltern können. Das funktioniert folgendermaßen, wenn die Leute auf Etsy etwas eintragen, dann gibt es hier unten links den Punkt Alle Filter. Und wenn wir da einmal draufklicken, dann habe ich jetzt hier auf der linken Seite unter dem Punkt Standort der Shops die Möglichkeit, hier Shops aus Deutschland zu filtern. Was natürlich in meinem Fall auch möglich wäre, auch wenn ich jetzt nur Stuttgart eingetragen habe oder nach einem gewissen Standort. Das bedeutet, wenn jetzt hier jemand direkt nach Stuttgart sucht, dann habe ich natürlich eine umso höhere Chance, um hier ganz ganz oben in den Suchergebnissen aufzutauchen. Genau aus diesem Grund würde ich euch definitiv empfehlen, gebt hier den Standort an, weil dadurch werdet ihr definitiv ein paar Verkäufe mehr bekommen. Genau dann auf der rechten Seite seht ihr schon, habe ich jetzt hier ein zweites Profilbild und das ist wirklich so das Profilbild von mir. Also links habe ich einmal das Profilbild von meinem Shop und auf der rechten Seite habe ich mich als Person. Hierbei würde ich euch empfehlen, das Ganze so zu machen, wie ich euch das hier zeige. Die meisten Leute laden hier einfach ganz normal ein Foto hoch, aber das Problem ist, dass die meisten Leute dort sehr klein zu sehen sind. Und das Schöne daran ist wirklich, wenn ihr das so wie ich macht, dass man dort wirklich das Gesicht nochmal etwas größer sehen kann. Was dann im Umkehrschluss bedeutet, dass ich zu dieser Person, die ich dort auf dem Foto sehe, eine gewisse Bindung aufbauen kann. Das heißt, wenn ihr wirklich dort auf diesem Foto glücklich wirkt und lächelt, dann ist es natürlich so, dass sie dadurch nochmal einen kleinen Pluspunkt hat. Dann ist euer Shop natürlich nochmal deutlich, deutlich positiver. Also bitte hier passfotoähnlich ein Foto machen, am besten das Foto freistellen. Dafür gibt es das kostenlose Tool im Internet namens Remove Background. Da müsst ihr aber wirklich schauen, dass ihr hinter einem neutralen Hintergrund seid. Das heißt, bitte nicht viele Farben im Hintergrund haben, weil sonst wird sich das kostenlose Tool namens Remove Background auf jeden Fall schwer tun, euch als Person von dem Hintergrund freizustellen. Habt ihr das soweit getan, könnt ihr dieses Bild zum Beispiel in Canva reinladen, packt dann einfach einen eintönigen Hintergrund rein, wie zum Beispiel hellblau oder orange, hebt sich immer sehr, sehr gut ab. Und dadurch könnt ihr dann ganz einfach hier das Profilbild einmal hochladen. Und im nächsten Schritt speichert ihr euch das Foto ab, ladet das einmal hier hoch und damit habt ihr auch schon kinderleicht ein professionelles Foto in eurem Shop. Genau, was können wir jetzt hier sonst noch tun? Natürlich können wir unsere Produkte auch sortieren. Also wenn ich jetzt hier auf Sortieren Neuste gehe, habe ich noch die Möglichkeit, das Ganze nach dem Preis zu sortieren. Ich persönlich würde euch empfehlen, das einfach auf Neuste zu belassen. Warum? Ganz einfach aus dem Grund, wenn die Leute auf euren Shop kommen, dann sehen sie immer die neuesten Produkte, die ihr in eurem Shop gelauncht habt. Genau aus diesem Grund am besten einfach so lassen. Genau, dann der Schaufensterbereich, der ist ganz einfach dafür da, wenn ich jetzt auf euren Shop draufkomme, dass ich hier wirklich die ersten Produkte in diesem Bereich sehe. Das bedeutet im Klartext, hier nehmt ihr bitte die Produkte rein, die ihr persönlich wirklich am relevantesten findet, beziehungsweise die am teuersten sind. Ich meine gut, es müssen nicht mal unbedingt immer die teuersten Produkte sein. Es können auch wirklich einfach schöne, beziehungsweise wirklich relevante Produkte sein, die man hier reinpackt. Weil dadurch erhöht ihr natürlich auch wieder die Chance, eines dieser Produkte zu verkaufen. Würde ich euch definitiv empfehlen einzurichten, falls ihr schon ein paar Produkte hier eingestellt habt, wovon ich mal sehr stark davon ausgehe. Dann könnt ihr hier ganz einfach einmal draufklicken und dann dementsprechend hier ein paar Produkte hinzufügen. Genau, habt ihr das soweit getan? Dann geht es direkt weiter hier unten mit der Infobox Ankündigung. Und hier könnt ihr ganz einfach den Leuten etwas ankündigen. Also ihr seht, wenn ich da draufklicke, steht da alles schon super klar erklärt. Da muss ich glaube ich nicht mehr viel dazu sagen. Ihr könnt da ganz einfach ankündigen, wenn irgendwelche Sonderaktionen anstehen. Zum Beispiel ist jetzt bald Weihnachten, dann kann ich sagen, okay, jetzt bald in einer Woche ist dann Weihnachten. Und da werde ich da neue Produkte launchen, beziehungsweise dort wird es dann ein sehr großes Angebot für euch geben. Das mal so als Beispiel, damit eure Fans von eurem Shop auch wirklich immer wieder auf dem neuesten Stand bleiben. Genau, dann haben wir hier unten einmal die sogenannten Updates und mit diesen Shop-Updates können wir ganz einfach hier einmal auf mehr über Shop-Updates erfahren draufklicken. Könnt ihr jetzt hier ganz einfach sogenannte Fotos erstellen und durch diese Fotos könnt ihr nochmal mehr Leute in euren Shop bringen. Hierfür müsst ihr euch aber die Ads hier holen und das dann darüber machen auf dem Computer. Geht das aktuell leider noch nicht. Wenn ihr wissen möchtet, wie das Ganze funktioniert, steht das hier unten auch wirklich glasklar erklärt. Deswegen muss ich dazu nicht mehr viel sagen. Hier steht, so funktioniert es. Dann steht hier Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3 und so weiter und so fort. Und durch dieses einfache Foto könnt ihr natürlich nochmal eure Chance erhöhen, um auf Etsy einen Verkauf zu erzielen. Genau, dann würde ich sagen, gehen wir doch gerade einmal zurück und machen direkt hier unten weiter mit dem sogenannten Video. Und bei dem Video fragt ihr euch jetzt wahrscheinlich, ja gut, aber was soll ich denn jetzt als Video hochladen? Da werde ich euch jetzt natürlich ein paar kleine Tipps und Tricks geben. Zum Ersten darf euer Video nicht länger als eine Minute sein und maximal 300 MB groß, wie es hier unten auch schon steht. Als euer Video mal größer sein sollte, gar kein Problem. Dafür gibt es das kostenlose Programm namens Handbrake. Das werde ich euch auch mal unten in die Beschreibung reinpacken. Das könnt ihr euch völlig kostenlos runterladen und in diesem Programm dann ganz einfach euer zu groß geratenes Video einmal reinladen und das dann verlustfrei etwas kleiner machen. Dadurch habt ihr dann nicht das Problem, dass ihr ein neues Video drehen müsst, sondern könnt ganz einfach das etwas kleiner komprimierte Video hier als Video hochladen. Nun aber, soll ich denn wirklich ein Video drehen? Ich meine gut, es ist ja viel Aufwand. Ja, das stimmt natürlich, aber ich kann euch wirklich nur empfehlen, ein Video für euren Shop zu drehen, weil dadurch wird euer Shop nochmal deutlich professioneller gesehen. Und zum zweiten sieht das natürlich auch Etsy gerne. Wie kann ich jetzt so ein Video aufbauen? Ich könnte zum Beispiel hergehen und meinen Arbeitsablauf zeigen. Das bedeutet, ich kann den Leuten Schritt für Schritt zeigen, wie man zum Beispiel bei mir persönlich hier so einen Stick erstellt. Und dadurch kann ich natürlich auch den Leuten wieder versichern, dass ich wirklich eine gute Qualität habe und meine Sticker zum Beispiel nicht unbedingt mit einer Schere ausschneide, sondern mit einem sogenannten Plotter. Und das ist natürlich auch nochmal so ein wichtiger Punkt, damit die Leute sehen, okay, ihr arbeitet wirklich sehr, sehr professionell. Und dadurch kann es natürlich auch sein, dass eine Person sagt, okay, ich bestelle doch lieber hier bei dieser Person anstatt bei einer anderen, wo ich dann gar nicht weiß, wie denn da der Arbeitsablauf ist, ob sie die Sticker mit der Schere ausschneidet oder ob sie auch so eine professionelle Maschine hat. Und das hebt euch natürlich auch nochmal deutlich von anderen Shops ab. Natürlich könnt ihr euch als Person in diesem Video nochmal vorstellen, damit nochmal so eine gewisse Bindung aufgebaut werden kann. Also am besten wäre es wirklich, wenn ihr in dieser einen einzigen Minute alles reinbekommen könnt, sowohl den Arbeitsablauf als auch die kleine Vorstellung für euch als Person. Das wäre natürlich einwandfrei und dadurch hättet ihr ein perfektes Video für euren Shop. Was würde ich sonst noch an dem Video beachten? Natürlich würde ich dort auch wirklich schöne Effekte einbauen und eine wirklich richtig schöne Hintergrundmusik. Also jetzt bitte nicht irgendwie Metal-Musik in den Hintergrund reinpacken, weil ihr ein Metal-Fan seid. Das bitte nicht tun. Also irgendwas schön ruhiges, weil ihr müsst bedenken, das ist ganz wichtig. Auf Etsy gibt es wirklich zu circa 80% Frauen, die eure Artikel kaufen. Also ihr solltet das alles, was ihr hier tut, bitte auf die Zielgruppe weiblich anpassen. Natürlich vielleicht auch ein bisschen auf männlich, also nicht zu 100% auf weiblich. Daher auch männliche Leute dort einkaufen, aber der Großteil auf dieser Plattform ist auf jeden Fall weiblich. Wenn ihr jetzt aber sagt, gut, ich kann das Ganze gar nicht selber erstellen, ich kann keine coolen Effekte einbauen und ich kenne mich mit Videoschnitt überhaupt nicht gut aus, dann habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, auf einer gewissen Plattform euch einen Freelancer zu suchen, der so ein tolles Video für euch erstellen kann. Dafür werde ich euch mal Fiverr unten in die Videobeschreibung reinpacken. Geht dort einfach mal drauf, sucht euch dort einen Freelancer, der für euch ganz einfach ein Video erstellt. Also ihr könnt dort ganz einfach nach einem sogenannten Video-Editor suchen, vielleicht am besten ein deutscher Video-Editor. Das könnt ihr auch ganz normal filtern. Unter den Filtern gebt ihr einfach die deutsche Sprache ein und dann werdet ihr dort definitiv fündig werden und ich bin mir sicher, dass dort jemand wirklich euch ein schönes Video für euren Shop erstellen kann. Wie gesagt, Fiverr befindet sich unten in der Videobeschreibung und ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr das auf jeden Fall hinbekommen werdet. Genau, soviel erstmal zu dem wichtigen Video. Dann haben wir natürlich hier unten noch ein paar Fotos, die wir hinzufügen können. Wir können hier bis zu fünf Fotos hinzufügen und da würde ich euch empfehlen, wie es Etsy auch schon hier vorschreibt, dass ihr ganz einfach von eurem Arbeitsprozess Fotos hochladet bzw. eure Arbeiten hochladet. Also irgendwelche schönen Sachen, was ihr schon erstellt habt mit einem schönen Background. Natürlich auch darauf achten, dass ihr auch eine einigermaßen gute Qualität an den Tag legt, weil wenn natürlich eure Fotos komplett schlecht aussehen, dann ist es natürlich so, dass es auch direkt für den Kunden eine schlechte Qualität vermittelt, was im Umkehrschluss bedeutet, dass die Fotos euch mehr schaden als gut tun. Sonst könnt ihr natürlich auch euren Arbeitsplatz fotografieren, also irgendwelche Maschinen, mit denen ihr eure Produkte erstellt. Das könnt ihr natürlich auch fotografieren, nicht nur eure Arbeiten bzw. euch als Person. Das wäre auch eine Möglichkeit, dass ihr euch als Person einfach fotografiert. Da könnt ihr euch dann natürlich auch wieder von dem Hintergrund freistellen, euch auf einen schönen Banner draufpacken und dann könnte man eventuell, wie ich persönlich das gemacht habe, auf die rechte Seite vielleicht nochmal so ein paar Vorteile schreiben, was die Kunden auf jeden Fall unbedingt haben möchten. Also so Sachen wie zum Beispiel Garantie, 100% gute Qualität, 100% Kundenzufriedenheit, schnelle Lieferzeiten innerhalb von 24 Stunden und so weiter und so fort. Vielleicht könnte ich nochmal drüber schreiben, meinen Kunden verspreche ich Doppelpunkt, Garantie, Qualität, Kundenzufriedenheit, etc. Und ihr könnt euch da natürlich einblenden, vielleicht mit einem Daumen nach oben, einem schönen Lächeln und dadurch habt ihr ein richtig, richtig schönes Foto von euch gemacht und den Leuten nochmal aufgezählt, was sie denen auch wirklich verspricht. Also diese Möglichkeiten habt ihr hier bei den Fotos, das könnt ihr alles hochladen. Am besten auch wirklich diese fünf Fotos ausnutzen und so viel zeigen, wie es nur geht. Genau, aber natürlich nicht irgendwelche unnötigen Sachen zeigen, das natürlich nicht, sondern wirklich schöne Bilder, die den Leuten zeigen, wie euer Arbeitsplatz aussieht, wie eure Arbeiten sind, euch als Person, etc. Alles das, was ich gerade eben aufgezählt habe. Genau, dann kommen wir auch schon hier unten zu dieser kleinen Geschichte. Also ihr könnt hier eine kleine Story über euer Geschäft erzählen. Einmal hier eine Überschrift hinzufügen, die interessant für die Leute ist. Also setzt euch da bitte ran und überlegt euch eine wirklich schöne Überschrift für euren Shop, damit die Leute auch wirklich einen Reiz dazu haben, eure Geschichte zu lesen. Bei der Geschichte fragt ihr euch jetzt gerade wahrscheinlich, ja gut, aber was kann ich denn alles dort so reinschreiben? Da würde ich persönlich euch empfehlen, beschreibt einfach euren Shop. Also zum Beispiel, wie du auf die Idee gekommen bist, diesen Shop zu gründen, wie lange du das schon machst, in diesem Fall vielleicht Sticker herstellen, warum du dich für das Thema interessierst, was du den Leuten mit deinen Produkten geben möchtest. Und hier kann ich euch mal ein sehr gutes Beispiel geben. Da könnte ich zum Beispiel schreiben, mein Ziel ist es, jeden Kunden ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern mit meinen Produkten. Und das ist doch wirklich ein sehr schön formulierter Satz, mit dem ihr den Kunden nochmal ein Lächeln ins Gesicht zaubern könnt. Also gerne immer mal wieder mit so Übertreibungen spielen und den Leuten wirklich eine schöne Geschichte auftischen. Lasst euch da lieben gerne ein bisschen Zeit hier mit dieser Geschichte. Natürlich kann eine Geschichte nicht innerhalb von ein paar Minuten entstehen. Deswegen überlegt euch vielleicht ganz genau stichpunktartig, was ihr denn dort alles reinnehmen könnt. Ich habe euch ja gerade mal so ein paar Beispiele gegeben, was man da alles reinschreiben könnte. Ihr könnt das Ganze natürlich jederzeit ergänzen oder ein paar Punkte rausstreichen und dann hier eure eigene Geschichte dazu schreiben. Vielleicht sogar am besten einmal die Geschichte schreiben und dann, wenn ihr euch die Geschichte durchlest, einfach mal überlegen, welchen passenden Titel könnte man denn hier zu meiner Geschichte nehmen. Sonst, was können wir hier noch hinzufügen? Natürlich hier irgendwelche Social Media Accounts, falls ihr sowas haben solltet. Bitte natürlich auch hinzufügen, damit euch die Leute dort folgen können. Und sagen wir jetzt einfach mal, ihr habt hier einen coolen Instagram Account, wo ihr auch immer wieder neue Produkte aus eurem Shop zeigt. Dann würde ich euch das definitiv empfehlen. Ganz einfach deswegen, weil die Leute, die sich für euren Shop interessieren, können dann hier zu eurem Instagram Account weitergeleitet werden. Und da könnt ihr natürlich Content für die bringen, was spezifisch zu diesem Shop hier gemacht wird. Ganz genau, dann haben wir jetzt hier noch diese Shop-Mitglieder und falls ihr jetzt ein eigenes Shop-Mitglied seid, also falls ihr keine anderen Mitglieder habt, dann könnt ihr das natürlich so lassen. Oder ihr könnt das natürlich auch so machen, dass ihr sagt, okay, ich füge mich jetzt ganz einfach nur als Inhaber hinzu. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, wenn ihr jetzt hier zum Beispiel keine Versandhilfe, einen Fotografen, einen Designer habt, dann ist das an sich gar kein Problem. Fügt euch einfach als Inhaber hinzu und dann passt das Ganze. Darunter haben wir dann diese ganzen AGBs und die Versandeinstellungen, Zahlungsmöglichkeiten, ATC. Da werde ich jetzt in diesem Video nicht genau drauf eingehen. Das sollte hier alles klar sein, dass ihr das natürlich hinzufügen müsst. Das könnt ihr zum Beispiel bei einem Rechtstexteersteller erstellen lassen, wie zum Beispiel dem Händlerbund. Dort wählt ihr einfach ein Paket aus, lasst euch dann diese Rechtstexte einmal erstellen mit euren jeweiligen Angaben und dann müsst ihr diese Rechtstexte ganz einfach hier nur noch hochladen. Also an sich gar keine schwere Sache, weil dort wird auch wirklich euch ganz genau erklärt nach der Erstellung von diesen Texten, wie genau man das Ganze hier hochladen muss. Genauso wie hier unten natürlich das sogenannte Impressum. Dann hier unten haben wir einmal die häufig gestellten Fragen, also ein sogenanntes FAQ. Würde ich euch das Ganze empfehlen anzugeben? Definitiv ja, um dem Kunden ganz einfach nochmal wichtige Fragen zu euren Produkten wegzunehmen. Das bedeutet, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ich einen Sticker-Shop habe, dann kann ich mir jetzt einfach mal aufschreiben, welche Fragen denn wichtig für den Kunden wären, um meine Produkte zu kaufen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier auf FAQ hinzufügen gehe, dann könnte ich jetzt hier bei der Frage einfach mal benutzerdefiniert auswählen. Schreibe dann hier die Frage rein, wie zum Beispiel, sind die Sticker wasserfest? Das wäre eine Frage, die natürlich für sehr viele Leute wichtig ist. Und dann kann ich hier als Antwort schreiben, ja, die Sticker sind wasserfest. Punkt. Dann gehe ich auf Speichern und somit habe ich jetzt hier die erste Frage hinzugefügt. Dann kann ich jetzt natürlich wieder einen Schritt weiter gehen und zum Beispiel fragen, Sind diese Sticker UV-beständig oder sind diese Sticker spülmaschinenfest? Und diese ganzen Fragen kann ich dann hier in diesem kleinen FAQ meinen Kunden beantworten. Dadurch habt ihr natürlich den großen Vorteil, dass die Kunden euch meistens gar nicht mehr anschreiben, wenn sie dieses FAQ in eurem Shop sehen. Und gerade wenn die euch anschreiben, werdet ihr auch nach einer Zeit immer wieder feststellen, dass dort einige Fragen immer häufiger auftreten. Weil gerade bei mir habe ich das auch festgestellt, dass viele Leute auch fragen, sind denn die Sticker eigentlich spülmaschinenfest? Oder sind die Sticker wasserfest? Und so weiter und so fort. Das habe ich dann natürlich immer wieder versucht, nicht nur in meiner Artikelbeschreibung zu ergänzen, sondern natürlich auch hier in dem sogenannten FAQ. Damit die Leute ganz genau wissen, was diese Sticker haben. Weil ihr müsst überlegen, die meisten Leute haben gar keine Lust und Laune, euch zu schreiben, weil sie dieses Produkt wahrscheinlich schnell haben möchten und nicht auf eine Antwort von euch warten. Und das ist natürlich auch wieder ein großer Nachteil, wenn diese Frage nicht geklärt wird und der Kunde sich denkt, ich weiß so gar nicht, ob die jetzt hier spülmaschinenfest sind. Egal, schau mir einfach auf das nächste Produkt und wenn da steht spülmaschinenfest, ah cool, kaufe ich rein und dann kann ich das hier dementsprechend auf meine Tasse drauf machen und auch wirklich in die Spülmaschinen tun, ohne dass ich jetzt hier diese Sticker irgendwie ablösen würde. Ich hoffe, ihr versteht, wie ich meine. Genau aus diesem Grund ist es wichtig, nicht nur in der Artikelbeschreibung, sondern auch in diesen kleinen FAQ, die allerwichtigsten Fragen von den Kunden zu klären, die bei diesen Produkten auftreten könnten. Habt ihr das alles hier unten soweit ausgefüllt? Solltet ihr normalerweise hier unten rechts auf Speichern gehen? Ich bin mir jetzt nur nicht gerade sicher, ob hier bei den Bearbeitungen dort Speichern steht. Sollte das Ganze dort stehen, dann geht ihr einmal bitte hier unten rechts auf Speichern und dann habt ihr das Ganze auch schon übernommen. Sollte das nicht dort stehen, dann sollte soweit alles passen. Genau, soviel erstmal zu den Shop-Einstellungen. Jetzt gibt es noch ein paar weitere Einstellungen für euer Profil, aber ich kann euch sagen, diese Einstellungen sind wirklich einfach zu treffen. Wir gehen trotz dessen einmal rüber, wenn ich unten links auf mein Profil draufgehe. Dann kann ich hier einmal unter dein Profil reingehen und jetzt hier ganz einfach nochmal persönliche Daten von mir eintragen. Also hier zum Beispiel euren vollständigen Namen könnt ihr eintragen, euer Geschlecht, ihr könnt hier die Stadt eintragen, euer Geburtstag, ihr könnt hier eine kleine Biografie über euch schreiben. Also einfach euch so ein bisschen den Leuten vorstellen, würde ich euch auch definitiv empfehlen, dass die Leute einfach nochmal so einen kleinen Einblick in eure Person bekommen können. Dann hier unten irgendwelche Lieblingsmaterialien, mit denen ihr gerne arbeitet oder auch hier unten entscheiden, was ihr den Leuten in eurem Profil zeigen möchtet. Ich persönlich lasse liebend gerne alles an. Habt ihr das alles hier soweit eingerichtet, geht ihr einmal hier unten auf Änderung speichern und dadurch habt ihr euer öffentliches Profil ganz einfach bearbeitet. Okay, das war es dann aber auch schon mit diesem Video. Lasst mich doch gerne mal mit einer Bewertung oder einem Kommentar wissen, ob ich euch mit diesem Video weiterhelfen konnte und in diesem Sinne vielen Dank fürs Einschalten und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!